Folge 2 unseres Let's Plays zum neuesten DLC zu Mass Effect 3. Zum letzten DLC zu Mass Effect 3. Citadel? 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 Ja, hast du Probleme damit, das auszusprechen? Ich kann das nicht aussprechen, tatsächlich. Da sind mir zu viele Buchstaben drin. Egal. Mach einfach weiter. Ja, und wir hatten aufgehört mitten in diesem Dialog. Wir sind in ein Restaurant gelockt worden, zusammen mit Joker. Dann haben uns lauter maskierte Leute angegriffen. Irgendwann ist Miss Sheppard hier entkommen und zwar mit Hilfe von der Frau, die im Vordergrund steht. Das ist eine, ja, die gehört irgendwie zu der Spionageabteilung, eher Analystin so mäßig. Die ist ein bisschen entsetzt darüber, was alles passiert ist. Sie hatten Waffen und Granaten und diese Drohung. Und übrigens, ausnahmsweise im Hintergrund brennt es zwar, ausnahmsweise haben wir keine Zerstörung errichtet, sondern das ist Sheppards offener Kamin. Oh ja, ich habe eine sehr schicke Wohnung von meinem, ja, Ex-Chef, noch Chef, Anderson halt gekriegt. Das heißt, wie man sagt, Housing in Mass Effect, oder? Jetzt hat sich jemand in meine ganzen Kommunikationskanäle gehackt. Wir machen das selbst. Wir machen das selbst. Genau, selbst. Wir machen das selbst. Wir machen das selbst. Ausnahmsweise. Okay. Ja. Brooks, es ist okay. Ich weiß, dass das viel zu tun ist. Ich wurde getötet. Ich habe Medi-Gel, aber trotzdem, ich habe eine Dess-Job ausgesprochen, um nicht getötet. Und du hast 100 Leute mit einem Pistole getötet. Nun, ja, das ist passiert. Ich meine, wer macht das? Ich meine, wer macht das? Na, du, ich denke. Aber außer dir. Sie sagten, die Medi-Gel könnte mich schmerzen. Ich sehe mich schmerzen? Ich sehe mich schmerzen? Ich sehe mich schmerzen. Ich schreibe mich schmerzen. Ich schreibe mich schmerzen. Es ist wirklich nett. Ich nannte ihn Mr. Biscuits. Nach meiner Katte. Brooks. Ich sehe mich schmerzen. Entschuldigung. Herr Biscuits... Mein Programm hat eine Verbrech in Ihren Klassifikationen. Soon, alles, was wir hatten, war verabschiedet. Personnel files, Mission Reports, alles. Seit wann ist Hacking-Personnel-Rekord? Seit wann ist Hacking-Personnel-Rekord? Seit wann ist Hacking-Personnel-Rekord? Seit wann ist Hacking-Personal? Hat ernsthaft geschehen? Ich meine, Sie brauchen dich totale Arbeit. Sie brauchen den Schutz, die Wunschungneisten. Ich habe nichts haben. Bis dahin. Also eine kleine Wunschung nehmen. Wie ein Mensch ist, wurde für eine Wunschung. Weil die nächste Wunschung nehmen wir, Wohl, das ist ja. Du kannst versuchen. Aber ich muss nasion. Ich habe noch nichts gefunden, Es ist doch praktisch, wenn man den Shadow Broker dabei hat. Es ist sehr praktisch, wenn man mit dem Shadow Broker schlecht, ja. Ja, die coole Bande. Was? James Vega ist nicht dabei. Ja, was kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was gerade gesagt wurde? Also jemand hat alle meine Accounts gehackt. Eine Gruppe, von der wir nicht wissen, wer es ist, ist es auf jeden Fall niemand, mit dem wir schon Bekanntschaft gemacht haben. Also zumindest nicht, dass man das rausgekommen hätte. Ja, ja. Und wir sollten möglichst nicht irgendjemand anders mit reinziehen, weil... Aber wir wissen immer noch nicht, warum die das machen, ne? Nö, nix. Aber wir haben jetzt die, wie sagtest du, die coolen Leute. Ja, geht doch mal mit den coolen Leuten. Hey, Joker. Okay, später, wenn das終了 und alles fertig ist, werden wir über dieses Bait-Fing. Ja, ich hab ihn vorhin kurz als Köder benutzt. Ja, die Möbel sind gestellt, dass ich hier fast nicht durchkomme. Ja, ich hab ihn nicht durchkommet. Ja, ich hab ihn nicht durchkommet. Aber ich hab mich darauf gedacht, dass ich mich darauf, wenn ich meine Worte für die Galaxie versuche, ich gehe da nach dem Essen. Und dann, du hast der Flügel. Du hast da auch noch was, du kannst da essen. Nicht der Blut, Shepard! Shepard, ich habe etwas gefunden. Wir können mit den anderen Leuten reden. Zum Beispiel mit Caden, den du gerade nicht liegen liebst. Caden ist Mensch, Menschen sind langweilig. Wo ist Garrus? Geht doch mal mit dem direkt. Du irrst hier wieder so orientierungslos durch die Gegend. Das stimmt doch gar nicht. Ich finde nur... Die Person ist so grünlich in meine Hohen. Garrus ist ein Scharfschütze, er wird oben sein und hinter einem Balkon kauern. Du hast recht. Stimmt. Ich habe hier den Charakter reingedacht. Javik. Mit Javik soll ich nicht reden? Doch, bitte. Wenn ich hier aus der Ecke wieder rauskomme. Kommander. In meinem Zeitpunkt. Wenn wir den Kampf fliegen lassen, durch die Tanks enthalten, mit den Aquatikänen. Wir haben meistens... Oh, richtig. Wir haben es niemals gemacht. Er hat auch Humor entwickelt? Sein Humor ist halt ein bisschen veraltet. Eich eich. Ich mag ihn nicht übrigens, David. Ich finde ihn... Er entmystifiziert die ganze Proteaner-Geschichte zu sehr. Ich dachte, wir wären fertig mit der Schüttung auf dem Citadel, nachdem Cerberus das Platz verbruchte. Sie wollen dich schlecht, Shepard. Der Preis der Fahne, ich glaube. Shepard? 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 Aber... Aber ich habe Jalousien. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ihr habt ein secret hideout wie die Ninja Turtles. Nur saubere. Wir haben nirgendwo Pizza. Das wird sich bald ändern, solange Rex und Vega da sind. Komm, red doch mal mit Vega. Jaaa. Nirgendwo beat's having a Krogan bodyguard, huh? Nicht ein Freund wie das. Jaaa. Nein, nein. Nicht so viel ein Freund. Nicht mehr als ein Prisoner, der uns hilft. Haaa. Und ihr meinen Film an und ihr fährst in die ganze Geschichte. Paragon Lost heißt der Film. Er ist total super. Scheiße aus. Aber er ist bestimmt total super. Und deswegen ist er da um Werbung zu machen über seinen Film. Hm? Was sollst du sein? Dahinten steht nämlich noch jemand. Ach, das ist nur Bruce. Ja. Ich habe die Daten auf der Schuhe für Dr. Tasone. Sie sollte das Ergebnis haben. Wenn du bereit bist, Commander. Mach es. Mach es so. Wir haben einen Lied. Ich habe ein paar Pfleger gerufen, um eine Schuhe zu schützen. Es hat mich auf einen Casino-Augustür nennen, Elijah Khan. Er hat sich zu vertreten, dass seine Ziele in die Stadeln benutzt, um die Schuhe zu schützen. Erst nach dem Versuch auf Shepard's Leben hat Khan einen interessanten Begriff. So that's our identity, Thief. Looks like he's got an ID disguise, sir. Those things are a pain in the ass to get around. Did you get anything on the mercenaries who attacked us? They're a private military corporation called Cat-6. As most of you know, Cat-6 is an alliance nicknamed for dishonorable discharges. Many have criminal records, histories of steroid abuse, and other charming features. No doubt hired by the Thief, not by Khan. That phone call was pretty damning stuff. How'd you get it? It involved the weapons biometric data, solarian intelligence and a Hanar prostitute with camera implants. What? Seriously? No, but the truth is boring. A Hanar... Have they Hanar at all? I don't know. That's so... ...quallen. They're not friendly to whoever that voice was. Maybe he'd pass on that info to us. That would take some extremely smooth talking. If he sees you, he'll probably assume you're looking for revenge. The casino has a panic room. Chances are, he'll have gone to ground there. Edie can give us programs to hack the door, but the cameras and guards complicate things. Yeah. Khan could disappear. Or worse. If his guards ever opened fire, normal people could get hit. Like I did. She's right. We can't risk spooking him. We go in quiet. Small team. No gunplay. Dr. Chisoni, this evening the casino will be hosting a charity event to assist war refugees. Purchase some tickets, Glyph. Then call up a layout of the building. Score! So, how close can you get? You don't usually put a back door in a panic room. This air shaft bypasses the security gate and ends up in storage. From there, the panic room's door camera can be disabled. Still, we're talking about a casino. There's gotta be alarms in that shaft. I believe I have some countermeasures that may help. I'll know more once we're inside. Who will go in this shaft? They need to be small in size. Yeah, that's not me. How many snacks are roast fair and like? Yeah, I can know. I suspect my suits built in tech would be picked up by security sensors. My presence in the casino would arouse suspicion. Nice but not enough. Since they can have cheating software. What you need is somebody trained in zero emissions tech. No electronics, no metal, just undetectable polymers. We had a chorus back at Op-End. Disabling a bomb with these little tweezers. See, the bomb was filled with shaving cream. Alright, you're in. What? You said it yourself. We've all got too much tech. But... I managed to get shot just coming to talk to you. Now I'm supposed to hack my way into a safe room. We'll be backing you up. The second you hit something you can't handle, we'll cover you. If that's settled, it looks like there's one last hurdle to get us inside. Which is... Black Tie required. That problem I know. Okay, Edie can also not with. Hmm. Also Leara would make a good figure. But Rex as teammate is cool, right? Yeah. Stimmt. I can... Like Rex would. So... Jetzt musst du Rex erstmal steigern für drei Spiele oder was. Oh Gott. Für zwei Spiele. Also Brooks haben wir auf jeden Fall dabei. Also am meisten Sinn macht Leara. Sag was. Das musst du doch entscheiden. Sag was. Oh Gott. Du konntest jetzt nur einen auswählen. Brooks ist festgelegt. So, haben wir etwas Neues erfahren über die Leute, die dich umbringen wollen? Wir haben erfahren über wen sie Waffen auf die Citadel schmuggeln lassen. Von dem sie das benutzen. Wir wissen, dass sie ziemlich gute Technik haben. Und dass die Leute, die auf mich geschossen haben, tatsächlich halt nur Söldner sind, die für jemand Mysteriöses arbeiten. Aber warum sollst du sterben? Ich meine, es gibt tausend Gründe. Aber wir wissen immer noch nicht genau, warum in diesem Fall. Es ist so bunt. Oh. Ein neues Outfit für Shepard, hm? Oder hast du das schon mal getragen? Ähm... Ich glaube im zweiten Spiel konnte man das im DLC... Oh Gott. Sie läuft für John Wayne. Sie ist halt Soldatin. Die? Die hat mein Kleid an einer anderen Farbe. Komm, prügel sie sofort. Ich würde mit den Gasten, wenn Sie sich normalen sehen wollen. Okay, Leara. Zeit für die Riff Raff. Minge, 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 minge. Nein, nein, nein. Hi, Elspeth Moraine. Ich rufe für Zakaria Ward City Council. Bist du hier ein Bürger? Ich habe schlechte Erfahrungen mit Politikerinnen. Wer nicht? Das ist, warum ich rufe. Ich habe Angst vor Liedern mit Vertrauen zu Terra Firmo, zu Cerberus oder besser. Oh? Der Ward braucht Flüchtlingsfassilien. Er braucht Sicherheit. Er braucht Jobs. Er braucht alles. Ich kann hier aber auch jederzeit wieder aussteigen. Ja, was ist der Sinn? Dieses Martox? Das würde mich auch fallen sollen. Ja, ja, schon klar. Die Tension, all bets are locked. Good luck, ladies and gentlemen. Warren Racing. Aber du kannst nur Wecken platzieren, ne? Du kannst jetzt nicht wirklich... Commander, ich bin upstairs bei der großen Leitung zu dem Schaft. Aber es ist ein Problem. Oh, ich bin am Zocken. Und welchen willst du nehmen? Ja, ich nehme den da. Tiger Bite. Und schon fällst du zurück. Hm. Tja. Das war ja was. Yeah. Perrin Racing live from the pits of Tuchanka. Ich kann nicht loslassen. Ah. Jetzt. Entschuldigung. Ja. Ma'am. Ma'am. Vielleicht geht es noch nicht mit dem. Commander. Ich bin an den Schaft. Geh unerfällig hoch. Unerfälliger. Ja, das ist zu unerfällig. Mein Gott, hat sie einen Hund? Ja, ne? Komm, ein bisschen tanzen. Oh Gott. Gareth hat recht. Du kannst nicht tanzen. Lass uns sofort mit dem Mingeln wieder aufhören. Was ist das? Das ist übrigens ein bisschen Dr. Hush-Harm rein, finde ich. Okay, genau. Just like we thought. There's an alarm on the grate. We'll have to bypass it. Use this. It's a resonance-emitter-lens. It should let you see security-grids and wiring. Good. I'll follow the wiring to a junction box, splice it and disable the alarm. Yeah. Fingers crossed. The lens is working. Sie bringt so ein bisschen Dr. Hush-Harm rein, finde ich. So sieht die normale, der Companion. Mhm. In case it begins to be said, try to bypass a camera while you're being watched. I see a junction in the wall with a camera watching it. Shepard. I'm sending a hack to your Omnitool. It will fool the camera, but it will self delete after a few seconds. Got it. Warum? Hier nix machen. Hier was machen. Jetzt da. Das war ja gar nicht mal so kompliziert. Mhm. Geh ich an der Bar, dann tanze ich wieder. Oh Gott. Ich glaube, beim Tanzen fällst du zu sehr auf. Geh mal an die Bar. Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass wir jetzt in der Routine einen Programm mit haben, die bestimmt, ob du wo auffällig bist. Ja. Wir bekommen ja doch schon einiges zu sehen. Was ist bisher? Ja. Dieser DLC ist ja auch vier Gigabyte groß gewesen, ne? Man muss den in zwei Packs runterladen auf der Xbox. Man muss den in zwei Packs runterladen auf der Xbox. Das verspricht ja auch einiges von mir halt. Ja, ja, ja. Ja. Wie lange muss ich noch mingeln? Das muss ich noch alles tun. Da kannst du noch ziemlich viel rummingeln. Mhm. Ja. 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 Das ist wahrscheinlich der, der uns eben schon aufgefallen ist. Ich glaube, es gibt zwar nur weiter so weiter. Also, man kann ja echt sagen, dass ich bei jedem DLC versuchen, irgendwie ein neues Element reinzubringen. Beim letzten hat es nicht so richtig geklappt. Bei Leviathan war es dieser Recherche-Adventure-Aspekt und der Mech, den man für 20 Sekunden steuern durfte. Aber diesmal klappt es ganz gut. Party! Ich liebe Roulette. Every minute ist mehr exciting als die nächste. Should I point out the flaw in that statement? Oh, are you like one of those detail people? Come on, even Diamonds haben flaws, aber das macht sie weniger wertvoll. Miss, wo genau wo du eben educatest? Oh, online. You can take these courses and it teaches you responsibility, because you do the grading. Ja, komm. Du kannst auch nur auf schwarz oder nur auf rot setzen. Ha, fast! Du hast auf mehrere Sachen gesetzt, ne? Und zwei von dreien haben wir gewonnen. Weil meine Hände sind vielleicht ein bisschen zu schlafen. Halt in da, wir haben das. Ich kann ihn distracten, sag mir wann. Das war sehr knapp. Aber fliegt nicht. Schaira? 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 Es ist eine lange Zeit. Das ist die Konsort. Was ist Teil 2? Nee, es ist Teil 1. Ja, danke. Sie war so geheimnisvoll aufgebaut, ne? Und man kam stundenlang nicht an sie ran. Und jetzt sitzt sie einfach so rum. Nein, sie hat nicht angekrecht. Äh. Ja, sagt irgendwas von Schaira? Ja, aber... Ja, aber... Ist das nicht genau das was du gerade gemacht hast? Ist das eine andere Stelle? Nee, das ist die gleiche Stelle. Nee. Nicht? Ich bringe Grüße aus dem Konsort Chaira. Sie hat immer noch gewutscht. Ja. Da ist noch eine Kamera. Sehr nett, Miss. Aber wir müssen alle unsere... ...er... ...machst du nicht? Ich dachte, sie wird nicht zu lange dauern. Nee, sie lenkt er noch ab. Sonst muss sie gleich noch mal ran. Na, sie muss noch mal ran. Ja. Ja, das ist echt gut. Ja. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt. Ja, ich dachte schon. Ja, ich bin ja gespannt. Wieso? Ja, ich dachte schon. Aber du musst ihn bestellen, bevor er Brooks erreicht hat. Hey! Just calm down. Ich versuche hier drei verschiedene Dinge. Arrows? Sir, wir haben den Alarm und Verbrauch. Es ist nichts. Ein kleiner Schuss. Find out who tripped it and get them in my office by end of shift. Now you. What do you need? Oh, I'm sorry. Are you with security? I thought you were a friend of mine. You got the same suit. Enjoy your evening. You're clear, Brooks. Thanks, Commander. I'll see if I can get to the panic room. Ich muss mir wieder was zum Mingeln raussuchen hierher. Hättest du das gedacht, dass ihr Ocean's Eleven nachspielt mit Mass Effect? Nein, damit hat ich nicht gerechnet. Hat aber was. Ich glaube sogar wirklich, dass sie sich ein paar Einstellungen zum Vorbild genommen haben. Eben wie die Bande in deinem Apartment ankam. Das hätte auch das Cover von Office Eleven sein können, oder? Mh-mh. Ich hab gerade einfach mir ein... irgendwas angeschaut. Einfach eine Consola oder so und wurde sofort verdächtigt. Das war los. Ich fische nicht mit dem Schimpfen, ich drücke dich an dir. Füße die yellow Wirring. Ich sehe keinen yellow Wirring... Ich habe das Gefühl, dass das Bild drauf ist. Auf welchem Bild? Ja, das in der Halle hinter dir. Links. Linker, linker. Da, das Bild. Was ist das? Ah, da ist das Bild. Ah, da ist das Bild. Sehen da hinter dir. Ich habe keine Ahnung. Das ist Kunst. Okay. Und da ist noch eine Wache. Und die Wache und jetzt kurz zurück. Na das war knapp. Das müssen wir nochmal ablenken lassen müssen. Oh oh. Nein, nein, nein. Das reicht schon. Oh oh. Er kannte dich? Na du musst mal von vorne anfangen. Sorry to bother you. I know you're busy. May I ask you something? Of course ma'am. What do you need? Was ich auch beeilen, weil die Kamera nicht immer sehr kurz grün ist, ne? I saw a pickpocket working the crowd upstairs. Just a second ma'am. I'll contact the surveillance desk. Wait him out to me. Und ein anderes Bypass-Geräusch. Hey, du hast geschafft. Kann, ich bin nicht hier, um dich zu beschädigen. Wir müssen sprechen. Er ist tot. Wetten, er ist tot. Da wette ich nicht gegen. Er ist tot. Er ist tot. Ich sehe, dass diese Gespräche wird striktlich einseitiert. Oh, die Araben. Da 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 da. 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 Da da. Wenn ich den Alarm schreit, habe ich das gemacht? Was hast du da? Was hast du da? Verrückt. Ich dachte so. Wer es war, muss das schnell machen. Sie verraten die Terminale, aber nicht die Com. Oh, also können wir die Com zurück zur Schraube und es schenken, oder... Elijah, kommt zurück. Ich denke wieder. Du. Ich sehe, du hast du aufgerissen vom Floppen auf dem Boden wie ein Fisch. Ich denke, du musst besser machen. Der letzte Mann, der Trash-Talk war, war ein paar Kilometer höher als du. Ich bin einig. Ich dachte so viel, aber es geht nicht. Du hast nichts. Alles du kannst, ist es warten, bis der Hammer zu fallen. Warum tun das? Was habe ich gemacht? Ich werde alles, was du hast und alles, was du bist. Verdammt. Sorry, Commander. Es war nicht genug Zeit, um die Behandlung zu verraten. Wir sind nicht fertig. Du holst die Datadrives raus. Diejenigen, die verraten wurden? Du denkst, dass wir etwas finden können? Mit Edie ist alles möglich. Je schneller wir sie zu hören, desto schneller wir diese Gefahr anrufen können. Das klingt ja nach einer persönlichen Rache-Geschichte hier, oder? Ja, irgendwie schon. Vielleicht jemand, den du im ersten oder zweiten Teil verarscht hast? Gab es da jemanden? Vermutlich. Vielleicht jemand, der ein Haus in der Nähe von irgendeiner Anlage hatte, die du mit einer Atombocke gesprengt hast oder so. Und Leara, wenn du get dressed, try to find... Nein! ...